Zusatzmodule RF-Stahlplastizität Sollten elastische Querschnittstragfähigkeiten überschritten sein, können plastische Querschnittsreserven berücksichtigt werden. In den Detaileinstellungen des Zusatzmoduls Stahl EC3 kann die Modularweiterung Stahlplastizität aktiviert werden. Ob Teilschnittgrößenverfahren nach Kindmann oder Simplex-Methode, die Modularweiterung stellt für alle Blechquerschnitte das passende Bemessungsverfahren zur Verfügung. In Kombination mit der Modularweiterung Stahl-Wölbkraft-Tursion können plastische Bemessungen nach Theorie zweiter Ordnung mit 7 Freiheitsgraden erfolgen. Wie gewohnt können Sie alle Nachweise der plastischen Bemessung in das zentrale Ausdruckprotokoll vom Hauptprogramm drucken. Stahl-Wölbkraft-Tursion 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 Stahl-Wölbkraft-Tursion